Die Scutum ist eine Steuerberatungskanzlei im Münchner Osten. Wir betreuen von natürlichen Personen über Freiberufler und Konzernen bis hin zu vermögensverwaltenden Familienholdings alle Rechtsformen. Unsere Schwerpunkte liegen dabei im Bereich regenerative Energien, Ärzte, Start-ups sowie Medien- und IT-Unternehmen. Hinter all dem steckt unser starkes Team. Deshalb ist es wichtig, dass wir uns wohlfühlen. Auch die fachliche Weiterbildung liegt uns am Herzen. Jeder soll seine Ziele verwirklichen können. Auch die Work-Life-Balance ist uns sehr wichtig. Sowohl meiner Mann und mir. Wir haben zwei Kinder, aber auch genauso für unsere Mitarbeiter. In unserer Kanzlei herrscht eine sehr angenehme Atmosphäre. Deswegen komme ich gerne und regelmäßig hierher. Auch wenn es mal etwas stressiger zugeht, findet man immer eine Gelegenheit, sich mit Kollegen auch über andere Themen auszutauschen. Digitalisierung wird bei uns gelebt und geliebt. Aber wenn ein Mandant seine Belege in Papierform verwaltet haben möchte, dann ist auch das in Ordnung für uns. Ich arbeite seit 17 Jahren für Diskutung. Langweilig war es noch nie. Wir entwickeln uns ständig weiter und irgendwie ist es wie eine zweite Familie. Und dann gibt es natürlich noch unseren Scooter. Den kann sich jeder über das Wochenende mit nach Hause nehmen. Das ist quasi unser E-Scooter. Unser Scootum E-Scooter. So jetzt.